Hallo liebe True Crime Freunde. Es ist der 17. August 2002 in Jacksonville, Florida. Ein Wagen macht an einer roten Verkehrsampel auf der Küstenstraße unweit des Guana State Parks Halt. Der Autofahrer nimmt an der Kreuzung einen Geländewagen wahr, der mit aktiviertem Warnblinklicht am Straßenrand steht. Ein umsichtiger Mann hielt an, um nachzusehen und entdeckte den verzweifelten Fahrer. Der Fahrer war mit Blut bedeckt und gab an, dass auf ihn geschossen worden sei. Justin Barber wurde mittels eines Rettungshelikopters in ein Krankenhaus transportiert. Justin Barber gelang es noch, den Rettungskräften mitzuteilen, dass auch auf seine Ehefrau April geschossen wurde und sie sich noch immer am Strand im Guana Park aufhalte. Am Tatort angekommen, entdeckte die Polizei die Leiche von April, die auf dem Rücken liegend mit einer Schussverletzung an der linken Wange vorgefunden wurde. Die 27 Jahre alte April Barber, gebürtig aus Hennessy in Oklahoma, hatte bereits als Kind den Titel einer Schönheitskönigin errungen. Die Musterschülerin schien für Großes bestimmt. Doch mit 17 Jahren verlor sie tragischerweise ihre Mutter durch Krebs und übernahm fortan die Fürsorge für ihre beiden Geschwister. April hatte ein inniges Verhältnis zu ihrer Mutter und nach diesem schmerzhaften Verlust fasste sie den Entschluss, Medizin zu studieren, um zukünftig Krebspatienten helfen und sie heilen zu können. Während ihrer College-Zeit begegnete sie Justin Barber und zwischen den beiden funkte es sofort. Es war sozusagen Liebe auf den ersten Blick. Justin Barber verbrachte seine Kindheit und Jugend auf einer Farm in Dustin, Oklahoma. Justin Barber zeichnete sich durch seine Intelligenz aus und stach als Jahrgangsbester seiner Highschool hervor. Sein gutes Aussehen, seine tief verwurzelten christlichen Werte und sein Ziel, im Geschäftsbereich erfolgreich zu sein, rundeten sein Profil ab. Innerhalb von nur zehn Monaten nach ihrem ersten Treffen vollzogen Justin und April ihre Verbindung und heirateten im Jahr 1999 eingebettet in das atemberaubende Ambiente eines Strand-Sonnenuntergangs auf den Bahamas. Die Polizei stattet Justin im Krankenhaus einen Besuch ab, in der Hoffnung, dass er zur Aufklärung des Falls beitragen kann. Bevor sie jedoch ihre Ermittlungen vertiefen können, steht ihnen die schwere Aufgabe bevor, Justin davon in Kenntnis zu setzen, dass seine junge Ehefrau verstorben ist. Justin erlitt vier Schussverletzungen. An der linken Hand, der linken Schulter, nahe des Halses und in der Brustregion. Es grenzte an ein Wunder, dass er den Angriff überlebt hatte. Justin berichtete der Polizei, sie hätten an jenem Tag ihren dritten Hochzeitstag gefeiert. Anschließend an ein paar Cocktails in ihrem Heim zogen Justin und April weiter in ein Restaurant, wo sie beim Abendessen und beim anschließenden Billardspiel noch ein paar zusätzliche Drinks zu sich nahmen. Sie genossen den Abend und Justin räumte ein, dass er am Ende stark angetrunken war. Das Paar entschied sich dazu, den Abend mit einem Spaziergang am Strand während des Sonnenuntergangs ausklingen zu lassen. Sie fuhren zum Guana State Park, schlüpften aus ihren Schuhen und wanderten Hand in Hand entlang des Wasserrands. Justin erklärte, dass April zuerst den Mann bemerkte, der sich in der Dunkelheit ihnen näherte. Der Mann brüllte sie an. Justin konnte kein einzelnes Wort verstehen, doch April reagierte auf ihn. Der Angreifer nahm April ins Visier, woraufhin Justin sich schützend vor sie warf. Im nächsten Augenblick bestätigte der Fremde den Abzug. Justin stürzte sich auf ihn und gab später an, mit dem Mann gerungen zu haben, bis die Waffe mehrfach abgefeuert wurde und er in Ohnmacht fiel. Bei seinem Erwachen war Justin allein. Sowohl April als auch der unbekannte Angreifer waren nicht mehr auffindbar. Er rief nach seiner Frau und taumelte am Strand entlang, bis er sie schließlich gesichtsunter im Wasser liegend fand. Als er nach April griff, bemerkte er die Schussverletzung in ihrem Gesicht. Er hob sie auf und versuchte, sie zum Auto zurückzutragen. Justin gelangte lediglich bis zum befestigten Weg, bevor er zusammenbrach. Als ihm bewusst wurde, dass auch er verletzt war, legte er April ab und eilte zur Straße, wo er vergeblich versuchte, ein vorbeifahrendes Auto anzuhalten. Justin behauptet, dass niemand anhielt, um ihm zu helfen. Er ging zurück zu seinem Wagen und stellte fest, dass er sein Mobiltelefon zu Hause gelassen hatte. Dann startete er sein Fahrzeug, ließ die Warnblinkanlage an und fuhr los. Ungefähr 20 Kilometer später konnte er an einer Verkehrsampel einen anderen Autofahrer erreichen und um Unterstützung bitten. Zeugen berichteten, auf dem Parkplatz des Guana State Parks ein zweites Fahrzeug gesehen zu haben, das kurz nach Justin losfuhr. Justin war davon überzeugt, dass der Mörder sich in jenem beobachteten Fahrzeug auf dem Parkplatz aufgehalten hatte. Justin teilte den Ermittlern mit, dass April in der jüngsten Vergangenheit einige beunruhigende Vorkommnisse erlebt hatte. Zuvor hatten April und er wegen ihrer jeweiligen Arbeitsstellen in verschiedenen Städten gewohnt. April lebte alleine in Georgia. In dieser Zeit wurde ihr Auto aufgebrochen und drei Wochen vor ihrem Ableben ereignete sich ein Einbruch in ihr Haus. Es stellte sich die Frage, ob jemand April belästigte und ob dieser jemand dem Paar an jenem schicksalshaften Abend gefolgt ist. Da die Aussage des Zeugen zum zweiten Fahrzeug ungenau ist, beginnt die Polizei damit, Freunde und die Familie über Aprids Leben in den Wochen vor ihrem Tod zu befragen, um mehr Informationen zu erhalten. Justin behauptete, er und seine Frau seien füreinander bestimmt gewesen. Aber Aprids engste Freundin Amber Mitchell vertrat die Meinung, Justin sei keineswegs ein Unschuldiger gewesen. Nach dem Tod ihrer Mutter übernahm April die Verantwortung für ihre jüngsten Geschwister. Justin stand anfänglich ebenfalls der Familie unterstützend zur Seite. Als April darauf bestand, ihre Geschwister bei sich zu Hause aufzunehmen, sah sich Justin plötzlich mit der Verantwortung der Elternschaft konfrontiert, die nicht mit seinem Lebensstil und seinen Karriereambitionen vereinbar zu sein schien. Im Jahr 2001 zog Justin aufgrund seines Berufs nach Jacksonville, während April, die in ihrer Tätigkeit in der Krebshilfe erfolgreich war, in Georgia verblieb. Währenddessen erwarb Justin eine Eigentumswohnung in einem exklusiven Viertel von Jacksonville. Das Paar sah sich lediglich an Wochenenden, wobei es meistens April war, die die Fahrt nach Jacksonville auf sich nahm. Die Anfangsphase ihrer Ehe war von hoher Belastung gekennzeichnet. Bei einem Aufenthalt in Jacksonville's Wohnung ihres Mannes stieß April auf einen fremden Ohrring im Schlafzimmer, was sie zu der Annahme verleitete, ihr Mann könne eine Affäre haben. Ihre Recherchen ergaben später, dass er regelmäßig mit einer anderen Frau Tennis spielte. Justins Tennis-Partnerin heißt Shannon Kennedy. Sie ist bei einem Autovermietungsunternehmen tätig, mit dem Justins Firma geschäftliche Beziehungen pflegt. Könnte Justins Beziehung zu Shannon Kennedy in irgendeinem Zusammenhang mit dem Tod von April stehen? Die Ermittler begannen, die Theorie eines Liebesdreiecks als mögliches Motiv zu berücksichtigen. Die Ermittler kehrten gemeinsam mit Justin zum Tatort zurück. Dort beschrieb Justin, dass er nach der Attacke am Strand entlang ging und April mit dem Gesicht nach unten im Wasser vorgefunden hatte. Er beabsichtigte sie vorzutragen, aber seine Verletzungen hinderten ihn daran. Stattdessen zog er sie mühsam in Richtung Straße, getrieben von dem Wunsch, sie in Sicherheit zu bringen, doch er kam wiederholt zu Fall. Als Justin den Ermittlern seine Bemühungen erklärte, April zu retten, fuhr er sich wiederholt über die Augen. Ein Gestus, der nahelegt, dass er mit den Tränen kämpfte. Allerdings zeigten sich die Beamten von seiner Darstellung kaum überzeugt. Die gemeinsame Besichtigung des Tatorts mit Justin brachte der Polizei keine neuen Erkenntnisse. Bis zu diesem Zeitpunkt gab es weiterhin keine stichhaltigen Beweise, die auf die Beteiligung einer dritten Person hinwiesen. Die Beamten gingen in ihrer Herangehensweise mit Justin behutsam vor, aber sein Verhalten begann ihnen zunehmend verdächtig zu erscheinen. Sie baten ihn auf die Polizeistation, um ihn zu seiner Affäre zu befragen. Anfangs bestand Justin darauf, dass seine Ehe tadelos war. Doch nachdem die Ermittler enthüllten, dass sie von seiner Liaison mit Shannon Kennedy wussten, wurde Justin aufgebracht und schritt verhemend ab, April je betrogen zu haben. Die Beamten teilten ihm mit, dass Shannon Kennedy sich im Gebäude der Polizeidienststelle aufheilte und schlugen vor, sie dazu zu holen, sodass er seine Behauptung, keine Affäre mit ihr gehabt zu haben, vor ihr wiederholen könne. Das war keine Täuschung seitens der Beamten. Shannon Kennedy befand sich tatsächlich in einem benachbarten Raum. Daraufhin räumte Justin ein, gestand dem Betrug und beteuerte dennoch, seine Frau aufrichtig geliebt zu haben. Er erklärte, dass die Affäre lediglich aufgrund der räumlichen Distanz zwischen ihnen entstanden sei. Die Situation nahm eine aufschlussreiche Wendung, als Justin und Shannon zusammen das Polizeirevier verließen. Die Beamten bemerkten, wie Justin Shannon um eine Mitfahrgelegenheit bat, was darauf hindeutete, dass zwischen ihnen immer noch eine gewisse Nähe bestand. Eine Affäre macht jemanden nicht automatisch zum Mörder, aber sie wirft definitiv kein gutes Licht auf die betreffende Person und kann Verdachtsmomente wecken. Im Fall des Angriffs auf Justin und April Barber im Guana State Park stehen noch viele Fragen offen. Ein Zeuge hat ein weiteres Auto neben Justins Geländewagen beobachtet, welches möglicherweise entscheidende Hinweise liefern kann. Justin beschrieb den Angreifer als groß und weiß. Es stellte sich die Frage, ob dieser Mann möglicherweise das besagte Auto zum Strand gefahren hat. Hinzu kommt Justins Behauptung, dass April schon seit Wochen verfolgt wurde. Könnte es sein, dass der Verfolger dem Paar sogar bis zum Strand nachgegangen ist? Darüber hinaus wurde Justins außereheliche Beziehung mit Shannon Kennedy zunächst geheim gehalten. Es besteht also die Notwendigkeit zu klären, welche Rolle Shannon Kennedy genau spielt und wie tief sie möglicherweise in die Geschehnisse verstrickt ist. Wenn in einem strafrechtlichen Ermittlungsfall keine Fortschritte erzielt werden, kann bisweilen schon ein winziges Indiz ausreichen, um das Rätsel zu entschlüsseln und den Täter zur Verantwortung zu ziehen. Die Ermittler sehen sich bei der Erklärung des Todesfalls von April Barber und den erlittenen Verletzungen ihres Mannes Justin Barber mit Herausforderungen konfrontiert. Sie konnten weder schlüssige Beweise für die Präsenz des zweiten Autos auf dem Parkplatz finden, noch gelang es ihnen, eindeutige Spuren des Angreifers zu sichern. Ebenso fanden sich keine Belege für Justins Behauptung, dass seine Frau verfolgt wurde. Justin hatte eine Affäre mit Shannon Kennedy, doch für die Nacht des Mordes verfügte sie über ein Alibi. Während die Beamten weiterhin an der Aufklärung des Falls arbeiteten, zog Justin nach Oregon, wo er eine neue Beziehung einging und einen Neuanfang wagte. In den Monaten nach dem tragischen Geschehen führte die Polizei von Jacksonville die Ermittlungen fort, wobei der Verdacht immer wieder auf Justin, den Ehemann der Verstorbenen, fiel. In der besagten Nacht legte Justin eine Strecke von 20 Kilometern zurück, bevor er Unterstützung fand. Auf seinem Weg kamen ein Restaurant, eine Apotheke, etliche Privathäuser und eine Tankstelle vor, bei denen er jedoch nicht anhielt, um Hilfe zu erbitten. April erlitt eine tödliche Schussverletzung direkt ins Gesicht, während Justin im Gegensatz dazu vier leichte Schussverletzungen aufwies. Eine am Hals, ein Streifschuss an der Brust, eine Wunde an der linken Schulter und eine Verletzung an der Hand. Das Muster der Verletzungen könnte den Anschein erwecken, dass April tragisches Pech erlitten hatte, indem sie sofort tödlich verletzt wurde, wohingegen Justin auf seltsame Weise Glück gehabt hatte, nur leicht verwundet zu werden. Die Ermittler zogen in Betracht, ob Justin in Aples Tod verwickelt sein könnte. Seine Affäre mit Shannon Kennedy stellte ihn sicherlich als Lügner und Betrüger dar, jedoch ist es auch so, dass Ehebruch allein niemanden zum Mörder macht, viele Menschen gehen fremd, ohne zu mördern zu werden. Dann jedoch entdeckte die Polizei ein handfestes Motiv. Justin hatte anscheinend kurz vor dem Vorfall zwei hohe Lebensversicherungen auf April abgeschlossen, die im Falle ihres Todes eine Auszahlung von zwei Millionen Dollar garantieren würden. Die Kontoauszüge von ihm offenbarten, dass Justin in jüngerer Vergangenheit finanzielles Unglück hatte. Er hatte sein Geld in die falschen Aktien gesetzt und an der Börse verloren, sowie hohe Schulden auf seinen Kreditkarten angehäuft. Die Ermittler beschlagnahmten Justins Laptop und stießen dabei auf einen verdächtigen Suchverlauf. Sechs Monate vor dem Angriff suchte Justin im Internet nach Begriffen wie Scheidung in Florida und Schusswunde in der rechten Brust. Es stellt sich die Frage, wie wahrscheinlich es ist, dass jemand diese spezifischen Informationen recherchiert und dann solche Ereignisse tatsächlich erlebt. Bei den Ermittlungen kam ein weiterer beunruhigender Fakt ans Licht. Justin Barber hatte am Tag von April's Tod den Song »Used to Love Her« von ganzen Roses heruntergeladen, dessen Textzeile »I used to love her, but I had to kill her« ins Deutsche übersetzt »Ich habe sie geliebt, aber ich musste sie töten« bedeutet. Im Anschluss an diese Entdeckung widmeten sich die Ermittler einer genaueren Betrachtung des gerichtsmedizinischen Berichts von April Barber. Die Analyse ergab, dass das Blut aus April Barbers Schusswunde in eine bestimmte Richtung geflossen war. Dieses Muster tritt typischerweise auf, wenn das Opfer zum Zeitpunkt der Schussabgabe seitlich lag und nach dem Tod nicht mehr bewegt wurde. Justin hatte der Polizei jedoch mitgeteilt, dass er April nach dem Schuss zunächst getragen und ihre Position mehrfach verändert habe, bis er schließlich zu erschöpft war, um weiterzumachen, aufgrund der Verletzungen, die er selbst erlitten hatte. Die aufgefundenen Blutspuren passten jedoch nicht zu Justins Darstellung der Ereignisse. Die Ermittler glauben nun, auf Basis der vorliegenden Beweise und Unstimmigkeiten rekonstruieren zu können, was April und Justin Barber an jenem Abend am Strand zugestoßen ist. Nachdem sie einen angenehmen Abend im Restaurant bei einigen Drinks verbracht hatten, spazierten sie am Strand entlang, nahe am Wasser. Plötzlich, so die Theorie der Ermittler, griff Justin April an und drückte sie unter Wasser, bis sie das Bewusstsein verlor. Als es ihm nicht gelang, sie zu ertränken, zog er sie aus dem Wasser in Richtung des Fußwegs und schoss sie ins Gesicht, während sie auf der Seite lag. Um seine Version eines Überfalls glaubhafter erscheinen zu lassen, fügte Justin sich selbst Schussverletzungen zu. Die Schüsse, die er sich selbst zufügte, waren jedoch sehr wohl überlegt ausgeführt. Sie betrafen die Schulter, den Hals, die linke Hand und die Rippen. Daraufhin taumelt er benommen zur Straße, wo er erfolglos versuchte, Fahrzeuge heranzuwinken. Schließlich setzte er sich in sein Auto und fuhr rund 20 Kilometer weit, obwohl er auf dem Weg eine Reihe von Geschäften passierte, bei denen er sich mit Sicherheit hätte Hilfe erhalten können. An einer roten Ampel hielt er schließlich an und wartete, bis er bemerkt wurde. Obwohl diese Geschichte unglaublich klingen mag, erscheint sie durchaus plausibel, wenn man alle Puzzleteile zusammenfügt. Im Juli 2004, zwei Jahre nach dem Tod von April Barber, hatte die Polizei immer noch keine Zeugen oder eindeutige Beweise. Trotz des Mangels an Zeugen oder eindeutigen Beweisen, wurde Justin Barber festgenommen. Die Staatsanwaltschaft nahm ein großes Risiko in Kauf, indem sie die Anklage ausschließlich auf Indizien stützte. Es oblag nun den Geschworenen zu entscheiden, ob dieser Entschluss gerechtfertigt war. Im Juni 2006 wurde Justin Barber im St. Augustine, Florida, des Mordes an seiner Ehefrau April angeklagt. Ohne konkrete physische Beweismittel, wie etwa die Tatwaffe, die eine direkte Verbindung Justins zum Mord hergestellt hätten, nahm die Anklagebehörde ein erhebliches Risiko mit der Erhebung der Anklage auf sich. Die Untreue von Justin wurde als zentraler Punkt hervorgehoben und es wurde suggeriert, dass eine Scheidung unmittelbar bevorstand. In den drei Jahren seiner Eheschließung hatte er fünf außereheliche Beziehungen. Die Staatsanwaltschaft führte zudem ein finanzielles Motiv an. Justin steckte in Schulden von 70.000 Dollar und eine Lebensversicherung auf seine Frau versprach ihm im Todesfall eine Auszahlung von 2 Millionen Dollar. Man betonte, dass die forensischen Indizien Justins Darstellung der Geschehnisse eindeutig widersprechen würden. Wenn Justin Barber seine Frau tatsächlich fast 100 Meter weit getragen und dabei ständig ihre Position verändert hätte, dann würden die Blutspuren in ihrem Gesicht ein anderes Muster aufweisen. Das Blut floss ausschließlich in eine Richtung, was darauf hindeutet, dass sie nach der Schussabgabe nicht mehr bewegt wurde. Justin Barbers Verteidiger wiesen die Theorie der Staatsanwälte zurück und unterstrichen vor den Geschworenen, dass es keine stichhaltigen Beweise gibt, die ihren Mandanten mit dem Mord in Verbindung bringen. Die Verteidigung argumentierte, dass es unwahrscheinlich sei, dass Justin Barber sich selbst viermal angeschossen hätte. Zum Abschluss des Verfahrens zogen sich die Geschworenen für vier Tage zurück, um über das Urteil zu beraten. Nachdem die Beratungen abgeschlossen waren, verurteilten sie Justin Barber wegen vorsätzlichen Mordes. Die Geschworenen gaben an, dass sie umfangreiche Zeit für die Prüfung aller Beweise benötigt hatten. Nach ihrer gründlichen Begutachtung waren sie jedoch von seiner Schuld so überzeugt, dass sie für Justin Barber die Todesstrafe empfahlen. Das Letzte, was er vor Gericht äußerte, war seine Unschuld. Justin Barber entging letztlich der Todesstrafe und wurde stattdessen zu lebenslanger Haft verurteilt. Ein Antrag auf Wiederaufnahme des Verfahrens, den Justin Barber gestellt hatte, wurde im Jahr 2012 von der zuständigen Richterin abgelehnt. Liebe True Crime Freunde, damit beenden wir die Betrachtung unseres heutigen Falls. Es bleibt für mich die Frage, hat er wirklich seine Frau ermordet? Die Lebensversicherung ist meiner Meinung nach das einzige Motiv, was mir schlüssig erscheint. Okay, 2 Millionen Dollar könnten natürlich auch ein Anreiz sein. Wie seht ihr das? Teilt eure Gedanken dazu gerne in den Kommentaren mit. Schon bald gibt es nämlich einen neuen Fall für euch. Bis dahin, bleibt sicher und passt auf euch auf. Ich bin eure Unbelievable. Ich bin so confused und erzählt mir della bin. Da.